Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Letzter Rumble oder beziehungsweise erster Rumble jetzt hier gegen Panda Punch. Johnny Bryan, Gilde 2, ist das jetzt hier am Start. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier das Match rocken und gewinnen. Ähm, was ist hier los jetzt? Äh, Jimmy, ich muss noch ein bisschen heilen. Longhorn, Jimmy, come on, baby. So, glatte 100 geholt. Ja, man! 100 Punkte. Jetzt muss ich wieder Highspeed Rumbling machen. Neun Minuten 43, neun Matches übrig. 46, na, das sollte jetzt hier echt kein Problem eigentlich sein, wenn ich die richtigen Karten bekomme. Hm. Ach, siehst du, jetzt kommt die Tina. Jetzt kommt die Tina. Naja, man ist halt so rum. So, und jetzt sollte das Match gewonnen sein. Weedstar, glatte 100. Jawohl. Zwei mal 100. Highspeed Rumbling. So, 8 von 10. Neun Minuten noch. Und es geht weiter. 388. Seppi, 88. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so leicht werden. Na, Pimp My Slay am Anfang schon. Und dann ist das Ding hier auch wahrscheinlich schon durch. Die 5 Kombos. Die Dailies. So, 7 Matches noch. 8 Minuten. 26. Ich überhole. Die Zeit, 71 Bänder von Panda Punch, Fart School, fangen wir mit dem an. Und ich hör noch mal auf den da, komm, das passt schon. Florence Ball, und jetzt hier die Dodgeball, Louise. Aber jetzt ist das Ding durch, jetzt die Bänder, ah, da hinten, das wäre natürlich noch mega geil gewesen, aber Mutter Zolls, gewonnen ist gewonnen, 81 nur, hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet dieses Mädchen, schon ein bisschen, so, und noch sechs Stück, 7 Minuten 34. Miss Mann, so, Welcome Mojitos, ja, komm, nochmal hier, den da, dann das, und dann das, und das war's. So, noch ein Roger gesetzt, egal was, ist vorbei, Matches rum, glatte 100. Ja, Mann. Bam. 5 von 10, noch 6 Minuten 56. So, 83, schon wieder dieser Seppi, 88, aber jetzt habe ich hier, jetzt sieht die Sache anders da aus, mein Freund, jetzt sieht die Sache anders da aus. Ich könnte es so machen, ich kann es aber, nein, dann mache ich es lieber so, dann habe ich gleich den First Hit, und mit dem First Hit sieht die Sache natürlich schon anders da aus. Also, man, den Wikinger, für den Wikinger Peder da noch mit hinzu. So, Mr. Business, und this was, baby, eine glatte 100. Jawoll, schubidubidum. Schubidubidum. Crazy. Was jetzt los? Come on. Keine Zeit. No time, no time. 4 Matches, 6 Minuten 8, und Panda Punch Camp nochmal. Oh, yes. Mohamed Yussi. Mohamed Yussi ist der Gegner. Bautake Patriot Day. Mohamed Yussi. Dann machen wir hier mal den Mr. Deliver. Und schon ist das Feld frei. Jawoll. Und wieder eine glatte 100. So. Drei Stück, noch fünf Minuten. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Christine S. Blance Ball. Blance Ball. Blance Ball. Slubeck. Der Roger. Der Roger. Dann fangen wir mal so an. Der Roger. Und jetzt machen wir hier die Tina. Die Tina. Oh, yes. Machen wir hier schon. Und das was Tina. 87 leider nur. Wie viele Matches sind noch zu machen. Komm. Auf. Auf. Wie oft muss ich noch drauf drücken. Bis es reagiert. Zwei Matches noch übrig. 33, 0,70. Und 72. Worst Day. Dann haben wir hier den Peter. Und den Mr. Front. Principal Peter. 8 Uranisches Kung Fu. Noch mal was zum Heilen mit hinzu. Eine Louise. Und eine glatte 100. Jawohl. Worst Day. Mit 100 Punkten. So. Wie viel Zeit haben wir noch. Ein Match. 4 Minuten. 3. Sieht nicht gut aus. Und. Kiya. Mania. Bob. 39 Schaden. Reicht nicht ganz. Leider. Ja. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Das Ding werden wir jetzt auf jeden Fall safe gewinnen. Und auch wieder eine glatte 100 rausholen. So. Kiya. Mania. Panda Punch. Eine glatte 100. So. Jetzt haben wir High Speed Destroying gemacht. Von Panda Punch. Panda Punch. Panda Punch. Panda ist gepuncht. So. Dann gucken wir mal schnell bei denen rein. Wie es da aussieht. 39 Leute haben von denen gekämpft. Bei uns. Cuddly. Und mit einer unglaublichen tausend wieder. Nutty Nate. Jessie. Phobos. The King. Raffi. Traffi. Marunga. Manubaya. 21 Savage. Snorz. Knuckster. Ililil. Oji. The Lord Universe. Dewey. Real Hassknecht. Zados. BBBB. Gabriel. Ken Berger. Dreifuchs. Bad as Charlene. Alexander. Sam. To Awesome. Georgios. Out to Rex. Simal. Magoliver 500. Julian. Vietnam. Place to Tear. X-Strike. Big Bruce Bruce. Clark Müller. Der. Vini. Stefan. Tino. Nisse. Zwei. Mark Foul. Eisenzwerg. Ich bin da unten, aber das zählt nicht. Bender. Bender. Tamash. Und Kevin B. Mit 44. Wenn es euch fallert, lasst mir mal ein Like da. Schreibt uns in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Ich schalte das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Animations 2 oder mit Medi-Man gleich. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020